Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Left 4 Dead mit dem Katix und dem Kiezmann und unseren hirnlosen Zombie Louis Es ist unsere neue Begrüßung also aber jetzt auf geht es hoffentlich schaffen wir es jetzt wir sollten die Gasputteln vielleicht auch gleich mitnehmen die hier liegen da hinten am Container liegt noch so eine Gasputtel dann nimm mit hier kann nix für den Schluss sollten wir die uns vielleicht gleich aufheben dass man selber in die Luft jagen können aber ne aber, aber äh ziel für Andersen ja ziel für Andersen was? schieße? ne funktioniert nicht warte mal hä? habt ihr schon mit dem Katix probiert? doch das geht laden ab 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 dann ausweiterste das sei das die immer mit dem ist tot das ist groß was sie da kriegt er auch die Errungenschaft noch schon mal probieren da das war immer zu mir kommt nur klar hat auch nicht geklappt der die Gäste weit bei einem Blut vor Ort auch so bei 50 Euro ist keine Ahnung also dürfte jetzt gar nicht mehr das Maschinen das wurde nicht mehr auf der Map ey schalte den Tank nur mit den Pistolen aus das war so wies ne du hast ne Lust damit geheilt ich mach die Dinge kann ich? ja mach brauchst du Starthilfe? hast du Start gelohnt? wo ist mein Lieblingstank? ich schmeißen Molly drauf oh ich hab noch gar nix sollte ich vielleicht noch schnell da kommt er nein das war ja voll daneben nein nein entweder das nicht das ist doch gut wenn du den so cool ist oh nein oh sorry nein 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 mehr zu auf war auch nicht auf mich schießen so ein smoker um in der wahl ist ein mollis drei stück auf dem billiardtisch der nächste jetzt hier drinnen ich hole mir erstmal einen meddy gibt es irgendwo noch pillen nein ich hab pillen hier liegt eine Rohrbombe ich hab schon eine ich brauchte nur noch pillen und nein was noch mehr wo das auf die Fässer geschossen welche Fässer auf die Fässer oh nö Scheiße die hätten uns heute den Arsch retten können ein Kleidete verbrannt ne sogar alle vier uah Scheiße so noch ein eine Gospitel da muss man irgendwas noch finden hier ich glaub hier wird es nichts mehr geben doch schon oben hat das gar die komplette Map das sind die mollis Rohrbomben nochmal eine Rohrbombe um das Nummer zwei Benzinfässer wo oder hier wo ist man bei dir noch nicht nebenbei nein Nein Oh nein Ich baue mir hier, ich bräuchte dringendst Hilfe Na der ist geil Das hier hilft Da hier an der Maurelinie Wird sagen einen hier hin Und einen hier hin Aber das machen wir dann nur wenn ihr dann hier drauf geht ne Also auf die Brücke Wenn du an der Brücke sind Wenn wir auf der Brücke sind Und du startest den Generator Und machst du hier die zwei Benzinfässer an Dann bist du vor den Zombies geschützt Genau Also ich werfe das Ding an ne Nehmt es weg Nehmt es weg Wenn wir den Generator dann anschmeißen Jaja klar Weil sonst laufen wir wieder Gefahr dass irgendeiner dann drauf schießt Das wäre dann ein bisschen suboptimal Was ist los? Oh der läuft hier wie Sau Boah hier war ein Boomer Boah hier war ein Boomer Schau mich von wo der jetzt kommt Tango wurde zu sehen Nein Sowohl gewöhnlich Nein Oh Gott Wieso sind wir sonst immer pünktlich? Oh der kommt erst wenn wir rausgehen Mokka Ich hör'n Ich auch Da hinten Der kommt von da hinten Der kommt von da hinten Oder wacht der jetzt am Auto fest? Er schläft. Da bin ich erwischt. Der ist auf dem Dach. Da ist er. Okay. Der hat mich auch schon wieder ganz schön erwischt. Oh Gott, zum nächsten Generator. Hat er noch einen Medipack übrig oder liegen noch welche da? Oh, danke. Oh nein, nein, nein. Warte. Lass uns das schon mal hier sammeln. Also dann ganz schnell von hier verschwinden. Nicht, dass dann wieder irgendeiner aus dem Kopf schießt. Ja. Seid ihr soweit? Ja. Wo oben ist feier MG geschützt, ne? Ja, da bin ich hier die ganze Zeit. Da bin ich gleich hier. Okay, das ist super. Du musst dann... Gleich hier stehen bleiben? Ne, noch. Wow! Nein! Hint sie? Ne, noch nicht. Erst wenn die Brücke oben ist... sehr gut. Das macht den Tank. Der rennt mir hinterher. Der rennt mir hinterher. Der rennt mir hinterher. Der rennt mir hinterher. Ja, mach das. Du musst aber den... 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 Tom... den... Smoker beschützen. Kann den Schalter auf der Brücke nicht beschützen. Ah, scheiße, Hupe. Wo ist der? Schlaff doch weg! Schlaff nicht! Stoß nicht! Mann! So, nun? Ja, du musst auf die Brücke den Knopf... äh... Ich? Dass man den Knopf bedienen kann, ja. Oh, nein, oder? Ganz schlechte Idee. Hat der mal eine Pfeilbombe? Nein. Ja, warte. Doch, moll. Nein! Ich wurde angekotzt. Wo kommt die Brücke endlich runter? Ich wurde angekotzt. Wo kommt die Brücke endlich runter? Warte. Warte hoch. Ich seh nischt. Was ich muss jetzt den Knopf betätigen. Nein. Du bleibst unten. Bleib unten. Auf, geh hoch. Ältere, grob, grunde. Grob, grunde. Grob! Ich musste da warten wegen nem Hunter. Ey, weg, weg, weg. Ja, 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 ja. Boah, alter. Alter, wir holen uns da ab. Geschafft! Hey! Haha! Krass! Zum Gedenken ans Moga. Aber wie krass! Übelst! Hammer! Eine Stunde, zehn Minuten, so lange für drei Kapitel? Ja. Wow! Hammer! Boah! Wir haben's durch. Ja. Oh, Louis hat am wenigsten verbündet. getroffen. Hey! Da fiel ich am meisten. Haha! Hat am meisten die Bitch getötet? Weibler, eine. Na, woher standen? Standen drei. Du warst in erster Reihe. Wie im Kino. Hahaha! 1.850 Zombies aller. Oh, wir haben's geschafft. Schon, Leute, das war's dann mit Left for the Dead. Der erste Teil. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ja, wir sehen uns dann zum nächsten Let's Play. In Left for the 2. Genau. Tschüss! Ciao!